In der ältesten Braustadt Österreichs, unsere Heimatstadt Weitra, dreht sich alles um den Gerstensaft. Daher bekommt ihr von uns eine Videoreihe zum Thema, Was kann ich mit Bier alles machen außer es zu trinken? Abonniere kostenlos unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keines unserer Videos verpasst. Mit Bier ist der Teppert! Na aber grauslich! Was? Bier und Tier Mit Bier lassen sich klasse Fallen für lästige Fruchtfliegen bauen. Denn Gerstensaft gehört zu einem der Top-Köder. Das Bier einfach in eine Schale füllen, Frischhaltefolie über die Öffnung stülpen und mit einem Gummi festmachen. Nun noch ein paar Löcher mit einer Gabel in die Folie gestochen und fertig ist die Todesfalle. Bierfallen sind ein gern genommenes Mittel, denn Schnecken aller Art sind im Bier verfallen. Genau genommen ist es die Hefe im Bier, die es den Schnecken angetan hat. Sie können diese über mehr als 100 Meter riechen. Teilweise wird von bis zu 200 Metern gesprochen. Deshalb ziehen Bierfallenschnecken aus einem großen Umkreis an, was das Gegenteil von dem ist, was man bezweckt. Die klassische Bierfalle spekuliert darauf, dass die geköderten Schnecken nach dem Genuss der alkoholischen Flüssigkeit hineinfallen und ertrinken. Denn der Alkohol im Bier soll die Tiere vergiften, wodurch sie dann betäubt in die Flüssigkeit fallen und da sie nicht schwimmen können, ertrinken. Das ist jedoch nur die Theorie und in der Praxis nicht immer der Fall. Manchmal nehmen die Schnecken auch nur einen Schluck und kriechen dann wieder davon. Alkoholfreies Bier soll daher auch viel weniger Wirkung zeigen. Genauso abgestandenes Bier, aus dem der Alkohol bereits verdunstet ist. Mit dem Video geht es gleich weiter. Hier zwischendurch ein Geschichtsfakt zum Thema Bier. Am 26. Mai 1321 verlieh König Friedrich der Schöne den damaligen Bürgern der Stadt weiterer ein Privileg, welches das Bierbrauen im Umkreis von einer Meile um die Stadt verbot und damit das Brau- und Absatzmonopol für die Stadt aussprach. Somit wurde die Stadt zur ältesten Braustadt Österreichs. Das war ein bisschen Biergeschichte und jetzt weiter mit dem Video. Mit einer Mischung aus 0,5 Litern Milch, zwei Flaschen Bier, drei Eiern, zwei Esslöffeln Essig sowie dem Saft zweier Zitronen kannst du angeblich Kopfläuse bekämpfen. Nachdem du alle Zutaten gut durchgemischt hast, gib sie auf den betreffenden Kopf. Wie immer gilt, erst mit dem Arzt deines Vertrauens sprechen. Kannst uns ja dann deine Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Mehr über unser Weitra erfährst du mit den Links in der Videobeschreibung. Wir würden uns nun freuen, wenn du einen Daumen hoch unter dem Video da lässt und dieses auch in deinen Social Media Kanälen teilst. Ansonsten wünschen wir dir viel Erfolg mit den Anwendungen. Und wenn du auch andere Anwendungsmöglichkeiten für Bier kennst, lass es uns alle in den Kommentaren wissen. Ansonsten wünschen wir